So, willkommen zu meinem zweiten Gameplay-Video, jetzt hier zum 112. Das mache ich jetzt hier in Anschluss an dem anderen Video, was ich gerade gemacht habe, wo ich den IS-6 nochmal mit dem 112 verglichen habe. Jetzt schiebe ich das Gameplay hinterher. Bin mal gespannt auf die Auslosung, wenn ich Glück habe, haben wir keine 9er mit drin. Wird ja Gott sei Dank stahlermäßig nur bis 9 gewürfelt werden, mit der Kanone auch katastrophal, wenn das bis 10 ginge. Aber so lange, wie der jetzt hier wartet, das heißt schon mal nichts Gutes. Es kann gut sein, dass ich da höher gewürfelt werde. Na, es geht. Es ist gut. 2 IS-3, die wäre so recht ausgeglichen. Eigentlich würde ich fast sagen, unsere Seite hat den leichteren Vorteil aufgrund von Ferdi und Isu. Und der gleichen Beschaffenheit der dicken Panzer. Von daher fahre ich mal... Ja, wo fahre ich lang? Also, die Heavis fahren sowieso auf beiden Seiten lang. Also, ich werde mal links fahren. Da hat man noch die höheren Rückzugsmöglichkeiten. Wenn man rechts fährt, ist man ja öfter mal aufgeschmissen, aufgrund dessen, dass es da so wenig Deckung gibt. Los geht's! Ich fühle mich auch persönlich hier auf der Seite etwas wohler. Ist natürlich jetzt auch immer die Frage, wo die alle lang fahren. Ja gut, die meisten fahren irgendwie durch die Mitte. Super, fährt keiner rechts lang. Vielleicht der T32, aber der ist noch nicht ganz da, so wie es scheint. Na gut, die Isu deckt das ein bisschen ab, aber das wird nicht reichen auf der Seite. Pinkt's auch schon rum. Tja, wir versuchen erstmal unser Glück auf der Seite. Wir müssten das ja eigentlich ganz gut machen, aber wir müssten wahrscheinlich auch auf IS-3 und T34 treffen. Würde mich wundern, wenn nicht. Die könnten natürlich auch auf der anderen Seite lang fahren. Mit Flankieren ist hier nichts bei der Map. So, IS-3, da ist er schon. Ist ziemlich blöd, aber... ...müsste mal wissen, ob man aufgeklärt wurde oder nicht. KV-1-S. Vielleicht schon zurückziehen, aber der scheint irgendwie an mir kein Interesse zu haben. Ah, das einfach. Ha. Also, gut zu sehen hier. Abpraller, abpraller, abpraller. Schon öfter mal... ...Stahlwand bekommen. Na gut, genau ist sie halt nicht. Das war jetzt mehr auch so ein... ...Gelegenheitsschuss, weil ich weiß, dass der KV-1-S nicht weiter zurückfahren wird. So, wieso steht jetzt unten keiner? Ach, das geht doch ja nicht, ey. Warum steht jetzt da unten keiner und hält uns den Rücken frei? Statt hier hochzufahren... ...statt hier hochzufahren... Ach man, das ist doch zu kotzen. Muss ich das jetzt hier wieder machen. Dabei bin ich da denkbar ungeeignet für. Da steht ja bestimmt der T-34. Da. Irgendwie hat er auch nicht so vor, um sich seine Wanne wegzuhauen. Weg zu verbergen, nämlich. Ah, fangen wir mal vor hier. Er lädt ja auch länger nach als wir, der. T-34. Käpt'n sie schon? Ah, das ist doch wunderbar. Unsache die beiden IS-3 halten da jetzt. Ah ja, okay, jetzt macht das richtig. Ah, wieder nur den Turm getroffen. Und gleich ist er weg. Genau. Dann kommen wir jetzt mal von hinten... ...an die beiden anderen ran. Aber, gut, dass ich zurückgefahren bin. Das wäre hätte böse enden können. Ach gut, aber als erstes war jetzt nichts herausforderndes Gegner. Das war jetzt nichts herausforderndes Gegner. Also, man kann gut Schaden machen. Muss natürlich auch auf die richtigen Panzer treffen. Geht ab, wie Schmitz-Katze hier. Ja, aber die Kette haben wir abgeschossen, denke ich mal. Dann die Kette... ...sag mal. Also... Also, so viel müsstet ihr da hinten ja wohl noch hinbekommen. Also, die hat die Kette... Der IS-3 mal hilft hier? Ah, gut, das hat sich jetzt erledigt. So, und wenn Flapps mal der Meinung ist... Ach nee, das war nicht Flapps, das war die... ...Taste, die da geklemmt hat. Und damit haben wir gewonnen. Sehr gut. Tja, also, Fazit. Wir warten jetzt. Fazit. In der Klasse viele, viele Abpraller. War gut zu sehen. Wenn man richtig steht, natürlich. Viele, viele Abpraller. Und dann kann man auch gut Schaden austeilen. Also, gegen 8er und 7er geht das auf jeden Fall. Bei den IS-3 habe ich jetzt nicht getroffen, weil ich da meistens entweder zu schräg oder auf den Turm getroffen habe. Ansonsten aber der T-34, der hatte ja seine Wanne nicht ordentlich im Griff. Da hat er ja so gut wie keine Panzerung. Gut, der Pershing ist nun mal ein mittlerer Panzer. Hat natürlich weniger Panzerung. KV-1S natürlich auch. Amix auch, klar. Da habe ich ja quasi nur noch Reste schießen gemacht. Ansonsten war es ein sehr gutes Gefecht. Das Team hat gut mitgearbeitet. Die beiden IS-3 hätten besser agieren können, wenn einer uns den Rücken freigehalten hätte. Hätte ich nicht zurückfahren müssen. Das war nicht sehr gut überlegt. Aber ich bin ja zurückgefahren. Hat ja alles noch funktioniert. Ja, ansonsten denke ich mal, dass das Gefecht war gut repräsentativ für den 112. Also wenn ihr so fahrt, dann habt ihr auch keine Schwierigkeiten. Das war jetzt natürlich auch eine sehr gute Losung. Aber so sehen die meisten Gefechte aus. Neuner werdet ihr höchstens in 40% der Fälle mal drin haben. Meistens fahrt ihr so bei den Achtern und Siemern mit. Und da habt ihr dann eigentlich nicht weiter größere Probleme, wenn ihr auch da lang fahrt, wo ihr die Siemer vermutet. Nicht unbedingt da lang fahren, wo die Gegner noch schon schweren Heavys von den Achtern lang kommen. Sondern auch mal da lang, wo die Metz lang fahren oder so. Weil als 112 habt ihr nur mal wenig Durchschlag und dann müsst ihr zusehen, wo ihr bleibt. Frontal könnt ihr wirklich nur dann was ausrichten, wenn ihr wie hier von zwei starken Fahrzeugen begleitet werdet. Jetzt hier wie die beiden IS-3, die sich da um die anderen beiden IS-3 gekümmert haben, konnte ich dann von hinten gut rumfahren. Ein paar Stärkungen kamen von hinten ja auch noch, nachdem die andersrum gekippt hatten. Also das hat ganz gut funktioniert. So, ich werde dann in nächster Zeit vielleicht nochmal blicken lassen. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall viel Erfolg auf dem Schlachtfeld. Postet was in die Kommentare, wenn ihr wollt. Ist mir immer ganz lieb, so ein paar Anregungen, Kritiken. Auf jeden Fall bis dahin erstmal viel Spaß. Bis bald. Bis bald.